Das Positive daran, dass die Tage immer kürzer werden, ist, dass man das triste, graue Wetter nicht mehr lange sehen muss. Aber trösten Sie sich, bald beginnt der Dezember und vielleicht wird es ja dann passend zur Adventszeit winterlich. Wolken bestimmen auch morgen das Bild. Höchstens gegen Abend verjagt die Sonne für eine Stunde das Einheitsgrau. Regen ist dabei allerdings nicht zu erwarten und das Thermometer zeigt zwischen 4 bis 9 Grad an. Die Sonne hat es auch in den nächsten Tagen schwer. Am Freitag und Sonntag kann sie sich gegen die Wolken nicht durchsetzen, lediglich am Samstagmittag und Abend gibt es ein paar Stunden Sonnenschein. Die Temperaturen lässt das weiter sinken. Sie bewegen sich bei 3 bis 8 Grad. Um hohen Blutdruck braucht man sich morgen keine Sorgen zu machen. Die stabile Wetterlage macht es auch Erkältungen nicht leicht. Allerdings können Kopfschmerzen auftreten.